Also Lukas, jetzt haben wir hier gerade das Fahrzeug ab 60.900 und wir schauen mal erstmal rein. Im ersten Blick ist das Auto wirklich anders als die meisten Kastenwagen. Erstmal gibt es da unten eine Klappe im Einstieg. Was machen wir mit der? Da haben wir Gas. Winzig klein, nur zum Kochen und in dem Fall eine kleine Überraschung. Also nur für kleine Gasflaschen, nur zum Kochen. Genau. Das heißt hier haben wir wahrscheinlich eine Dieselheizung. Richtig. Und dann schauen wir mal rein. Okay. Du gehst mal vor. Alles doch. So. Da haben wir einmal hier unser Bad. Ja. Etwas größer als normal. Also ich gehe mal rein. Hier rechts haben wir die Sitze. Es ist jetzt so ein Fahrerhaus. Ja. Da haben wir unser Fiat Ducato Fahrerhaus. Neueste Generation. Und hier haben wir das Badezimmer. Mit einer Besonderheit. Ja. Wir haben einmal hier die bekannten Schiebetüren mit Kunststoffbeschichtung hinten dran komplett. Also da kommt auch kein Wasser hindurch. Nehmen wir jetzt nur einmal den kleinen Haken hier hinten raus. Drücken einmal hier oben rein. So. Ziehen das Waschbecken nach vorne. So. Dann haben wir hier die Duschtrasse. Genau. Können wir sogar ganz entspannt mit drin duschen. Einmal Fenster zu, weil Wasser soll nicht hinten dran kommen. So. Und alles komplett ohne Vorhang zum Duschen. Gut. Und nicht wenig Platz. Kannst du mal kurz reingehen bitte? Ich kann auch reingehen. Natürlich. Das ist halt von der Höhe jetzt nicht mal ganz so viel für mich. Aber. Ich kann immer noch hier stehen. Zwar ein bisschen beengt. Aber. Das ist für einen Kastenwagen finde ich sehr viel Platz. Absolut. Es ist halt. Also ich sag mal so. Normalerweise mit dem Vorhang. Der klebt an dir dran. Ja. Das ist kuschelig eng. Genau. Alles ist nass außer man selbst. Und hier. Ja. Habe ich immer noch Platz. Ich kann mich gut drum drehen. Kann sich auch die Dusche hier oben die Brause hin machen. Ja. Hinhänge. Funktioniert tadellos. Super. Also schönes Bad. Raumbad damit. Oder ja. Raumbad. Weil ja doch. Es ist schon. Es ist schon. Es heißt offiziell Variobad von Würstner. Ja. Und das kommt auf jeden Fall hin. Sehr variabel. So. Und jetzt. Wenn wir jetzt in den Heckbereich mal reinschauen. Gehst du mal vor. Genau. Dann sehen wir hier wirklich. Also das ist in einem Kastenwagen erstmal sehr beeindruckend, dass hier unten so eine Hecksitzgruppe ist. Die wirklich. Die ist echt gemütlich. Ja. Gemütlich. Breit auch. Über die gesamte Fahrzeugbreite. Und man kann dort hinten ja schön sitzen. Also das sind nochmal zwei Vollwertige. VIPs sitzen hinten bekanntermaßen. Genau. Und die sitzen hier wirklich VIP-mäßig. Also. Auf jeden Fall. Also. Man kann sogar gefühlt Füße auf die Sessel drauf machen. Ja. Und dann kann man reisen. Schöne Fenster links und rechts. Also auch ein wunderbares Panorama hier im Fahrzeug allgemein. Ja. Das ist halt. Das sucht seinesgleichen. Und wenn man jetzt hinter dir schaut. Im Rücken liegen oben noch so Polster. Mhm. Genau. Die sind wahrscheinlich um nachher das Bett. Über uns. Ach. Für das Bett über uns. Ja. So. Das musst du jetzt mal zeigen. Also. Phänomenale Hecksitzgruppe finde ich. Die sieht wirklich super aus. Mega, ne? Was wir hier haben. Ein manuelles Hubbett. Ja. Geht weniger kaputt. Kein Elektrik. Spart Gewicht und Platz. Ja. Einmal Hebelchen ziehen. Ja. Und dann geht er runter. Ach so. Und das ist jetzt die Verlängerung. Genau. Des Bettes. So ist es. Und dann ist das wie groß dieses Bett? Wir haben hier Klappe 2 Meter. Also um die 1,95 Meter haben wir hier. Ja. Länge. Genau. Länge. Richtig. Im oberen Bereich circa 1,35 Meter in der Breite. Hier unten rund 1,50 Meter. Also schon Bett entsprechend das Maß. Und nochmal eine richtig schöne Haube oben drüber. Ah ja. Das heißt, Licht könnte reinkommen. Luft kann auch mit reinkommen. Ja. Natürlich mit Mückenschutz und Verdunkelungsrollen. Ja. Und dort hinten haben wir nochmal ein Fach. Ja. Hinten eingelassen. Immer schön für alles, was man so nachts eben verstauen will. Oder als Stau im Allgemeinen für Klamotten und Co. Für Kleidere. Also wirklich toll. Ja. Und auch gerade hier sehr schön beim Eliseo. Exklusiv kriegen wir hier für schon fast ein ablundes Ei für 59 Euro. Zwei Lautsprecher nochmal im Wohnraum mit dazu. Das ist super. Ja. Nicht nur Musik im Vorderraum, sondern ebenfalls nochmal hinten drin. Das ist super. Also das ist wirklich ein tolles Konzept und ein toller Preis dafür. Grundsätzlich finde ich auch den Preis wirklich super für die Qualität, die wir hier so sehen. Also wirklich mega. Ich fahre mal, das werden wir gerade nach oben. Ja genau, das machen wir nach oben. Einmal wieder den Hebel drücken. Und da ist es wieder oben. Und schon ist das Teil wieder oben. Wenn man jetzt hier sitzt, das ist nochmal sehr beeindruckend auf der Seite. Schau doch mal oder zeig doch mal, das ist der Kühlschrank. Warte mal, ich gucke mal kurz noch von draußen. Das ist ein bisschen besser. In Kombination mit dem kleinen Backofen, der hier unten drunter wohnt, ist die kleine Überraschung dazu. Deswegen haben wir dann auch nur eine kleine Gasflasche mit dabei. Dann haben wir einmal hier einen Kühlschrank mit rund 80 Liter. Ebenfalls nochmal hier ein Tiefkühlfach. Ja. Ist vorhanden. Einmal da. Und wie ich finde, so ein kleines Highlight. Ein Schluck gleich drunter. Im Backofen. Absolut. Und das im Kastenwagen. Genau, im Kastenwagen, ja. Und der funktioniert dann logischerweise mit der Gasflasche. Richtig, über die kleine Gasflasche wird der Backofen hier betrieben. Ja. Ebenso wie auch das Zweierkochfeld. Richtig gut. Im Kastenwagen ein Backofen. Genau. Ist da unten noch was? Ist das nochmal ein Staufach? Ja. Etwas Stauraum haben wir auch natürlich. Für die Backotensierungen. Backotensierungen oder halt Fahrzeugdokumente. Genau. In diesem Fall. Stauräume. Auf einem entspannten, gleich hohen Sideboard. Also sag ich mal so, Schränkchen. Haben wir einmal hier. Mit Regalen jeweils. Auf der einen Seite. Und neben mir. Zum Aufhängen. Ja, das ist sozusagen die Kleider. Genau. Möglichkeit. Ja. Mit Kleiderstange die Möglichkeit dann. So ist es. Kleidung unterzubringen. Super. Auf jeden Fall. Küche. Schon fast wie gewohnt bei Bürstner. Ja. Haben wir hier. Unseren Dometic. Zweier Gaskochfeld. Auf der einen Seite. Für verschiedene Topfgrößen ebenfalls auch. Wenn wir euch das mal zu machen. Nehmen wir die Dekon mal hier. Eine Seite weiter. Und das Waschbecken. Das Waschbecken, ja. Mit Warmwasser natürlich auch wieder. Super. Auch hier gehalten. Also das ist schon. Man denkt, man sitzt in einem Teil integrierten, ja. Ist so. Wenn du hier hinten drin bist. Ja. Das ist kein Kastenwagen. Muss man sagen. Also nochmal zum Schlafen für zwei Personen oder für vier? Ne. Es können auch hier vier schlafen. Zwei oben, zwei unten. Und unten muss ich nochmal fragen, wie kriegt man jetzt unten nochmal die Schlafgelegenheit raus? Indem man den Tisch, normalerweise bei dem ist der Tisch aktuell noch fest. Ja. Es wird aber auch neben 50 die Möglichkeit geben, einen Hubtisch zu bestellen, den man einfach runterfahren kann. Holzer drauf packt und ebenfalls nochmal ein Bett machen kann. Alles innerhalb des Fahrzeuges. Kein Dachumbau nötig. Wahnsinn. Lukas, danke. Gerne. Faszinierendes Fahrzeug, muss ich sagen. Sieht auch super aus von außen. Klar, Fiat Ducato. Aber ist an der Stelle auch wirklich was Besonderes. Sagt doch mal, was ihr davon haltet. Ganz neues Konzept finde ich von Bürstner der Ediseo.